Was machen denn die zwei Busse da hinten? Wenn ihr das wissen wollt, dranbleiben. Die zwei Busse hatte ich ja letztens schon in der Halle entdeckt und jetzt stehen sie hier oben. Mal hinlaufen schnell. Oben angekommen sehe ich hier schon direkt so einen komischen Verschluss hier. Sehe ich auch zum ersten Mal. Von vorne sehen die so aus mit Sonderfahrt, mit LED-Flipdots oben. Aber die Frage, warum stehen die hier? Habt ihr so einen Bus schon mal gesehen hier ohne Sitzbezüge? Ich sehe das jetzt auch zum ersten Mal. Ich habe erfahren, dass wir diese Busse als Teilespender bekommen haben wegen den Motoren. Die Motoren sind wohl noch gut. Die werden wir wohl ausbauen und gebrauchen.